hallo und herzlich willkommen zurück zu final fantasy 13 mit mir def und vielleicht wird man es schon an meiner stimme ich bin erkältet wie sau ja das ist nicht gut hier komme ich nicht lang und ich wollte aber ich wollte nicht aufnehmen um ehrlich zu sein weil ich erkältet bin deshalb einfach nicht die beste ist halt nicht optimal wenn ich krank bin denn aufzunehmen ist einfach doof wer bist du denn kenne ich okay ich ein bisschen es hat nicht optimal aufzunehmen wenn man krank ist aber das ding ist wir gehen von allen projekten von allen vier projekten mehr oder weniger die folgen bald aus morgen also zum zeitpunkt der aufnahme morgen habe ich keine folge gefallen wenn sie 13 also was sie gerade seht habe ich am vortag aufgenommen damit dass er wird die erst jetzt steht also ihr wird wahrscheinlich direkt am release sehen aber damit das den dach rauskommt wo es rauskommen soll ich das jetzt auf wie ich bin ich könnte passieren dass ich öfter mal mich mute oder mal pause mache weil müssen diesen was weiß ich was ja wird man sein ich bitte jetzt auch schon um verzeihung weil ich wahrscheinlich auch husten und niesen werde in die aufnahme rein weil ich nicht zu schnell muten kann oder die aufnahme beenden oder was bei sich was wo ist meine sie ist hier am fest am hängen bei der frau wir müssen hier in die mitte hat das nicht zu laut die haben ja keine sorgen in der welt wird fängig sein das sind ja nette leute das ist aber sie alle weg auf einmal das hat mich verstanden dass wenn wir nicht ich leid nehmen sondern sie meinte eigentlich fangen aber er hat lightning gedacht wahrscheinlich weil er fängt gar nicht kennt so da wollen wir mal hier rein dürfen wir einer scheint irgendwie was zu denken wir müssen zurück wir müssen zurück sie muss zu fangen ok ja ja es ist wirklich jemals ein richtiger krieg zwischen und Puls oder labern die wieder alle scheiße cdc ein totes medium also noch nicht ganz aber es gibt richtung was sind sie nicht so was wie schallplatten auch ein gutes medium aber die muss heute außer sammler und sollte keiner mehr die schallplatten und das wird dasselbe mit cds werden wenn die meisten pcs haben ja keine laufwerke mehr heutzutage war alles über steam und online und alles was ist das denn sind das essbar oder sind wir sogar hologramme das ist das gefällt hier kommt die attack aber das ist keine richtige esbar oder ist das schon wieder zurück ist das haben sie starten aus ist das denn das ist jetzt los ich war das alles aber sind das denn für mich auf einmal was ist ragnarok ich weiß was ragnarok ist aber nicht in dieser welt ragnarok ist das ende der welt mit ihm das ist so viel rede weil ich bin erkältung man sich mit klingt wahrscheinlich wie scheiße aber ich kann nicht still sein das war doch nicht die stimme von du weißt dass das nicht so einfach wird ok was ist das hier für ein ort ich meine wir sind in nautilus aber was genau ist das hier für ein ort sagst du was guck mich erst mal hier unten alleine wieso nicht wieso sind die fps stabil auf 60 muss ich was sind da los da sind sie an dem stand gelaufen ist diese haf ankel die grüche gab kaff ankel sei schon gab unkel heißt das auf jeden fall auf deutsch ich meine kaff ankel sieht hier anders aus aber das diese schafft hier sieht er aus wie ein kaff ankel wie es in dem seine mächtige dünnes form verwandelt kerbunkel hat ja meistens zwei vor der fang oder nicht oder auch nicht wirklich jetzt es kann ja hey ich schraube ich wollte mich nicht wieso ich bin einfach ich wollte ihm alles aber ich konnte nicht wahrscheinlich weil er selber dass sie hast wie die sau weil er denkt dass sie verantwortlich sind dass das ist sie selber wurde ein ich verstehe nicht was die leute da wir hatten oder immer noch was ist das für ein tier das schaffe ich mit denen irgendwie interagieren ok und aufmachen sind ein bisschen creepy ansonsten ganz süß also wie gesagt ich habe nicht so die ahnung solche leute sagen lc falls sie blöde verstehe gar nicht was das alles soll und ich denke mir ja also bist du so doof oder wieso verstehst du nicht was man hält sie und was sie vollzieht es wird doch erklärt und wenn es immer noch nicht dafür ist der datenloch da okay ich habe hier zwei orte wo schieben soll was das hier hier kann ich einsteigen kann ich hier auch einstellen weil ich weiß nicht wo ich einstellen soll aber auf denn dann bitte nicht da ist auch nichts um einstein die wir hier rein erst mal die nautiluft den nautiluft nautiluft terminal nein guck erst mal hoffe ich muss das nicht automatisch nehmen ist das hier ist die fp ist nicht stabil hatte nautiluft park war beides ne ich wusste was ich nehme mal hier runter oder hoch oder was weiß ich wo wir da lang das unter wasser aber wir sind wieder hier da wollen wir nicht sein hier nicht und die lüft so feststraße nehmen die lüft was zum quatsch guck mal wie hoch modelliert der noti lister war im hintergrund der ist hochmodelliert aber er war schlopper lieb gehen wir hier mal rein wo sind wir ja im nautiluft park aber wo genau das ist doch schon das erinnert doch an den goldsaucer sind wir glaube ich in der kuppel so wollte ich nicht mit der kamera mit dem himmel angucken wenn man in einer kuppel und das simuliert den tag ich meine ja das ist die coolen in der nutshell aber ich meine sind wir noch mal in extra einer kuppel hier ist das ich ja schon gut wie schön der aussieht überhaupt die grafik das spiel könnte einfach so heute auch geliehen auf der plätschischen hier auf der 5 hätte ich ein bisschen höhere ansprüche das ist los wieso der kamera ich habe vergessen wie das auf deutsch heißt und ich meine stift sondern sondern auch nicht fahne sondern dieses die kamera fahrt dass das deutsche wort dafür und schafe ich nicht verstehe und kaffung die figuren cup und als kaffung oder kaffung auf deutsch und wer gibt es dazu wieso kann der kleine eigentlich fliegen und die großen die können die meisten in final fantasy können meistens die schwarzen schokobus fliegen und wenn er den schoko das schoko küken das die irgendwo in der gegend herum tollt los geht's mini spiel oder was das ist ja in die richtung geflogen bei den schafen vielleicht oder hier drinnen ich komme hier wahrscheinlich weiter hier zwischen gleich ja da ist er ja jetzt klingel es liegt dazu den bunkel figuren der muss auch irgendwo hier sein der so zu dem stand hier geflogen da ist er doch die kleine lümmel wieso sind da zwei npcs die genau gleich aussehen oder zwillinge sein aber ja ihr seid creepy wahrscheinlich zwillinge zu dem ist er geflogen aber die sind direkt hier näher ich glaube dass er zu diesem grund gegen geflogen mehr da ist er ja noch so ich habe nicht aufgepasst weil ich am meisten war ich habe mich gemütet und habe gewusstet der toll wo könnte er sein hat mich aufgepasst es ist auch nicht hier vielleicht was machst du denn mit dem schoko oder wieso hältst du den kopf unter seinem hier wird er sein da ist er ja bei den ganzen großen chokobus so kann das küken fliehen ok so kommt hier eine tour angeflogen welcher belohnung dafür dass sie sich dieses nicht gemacht aber gern anhänger ich meine ich hätte so oder so nicht weiter gehen können das ist ja das ding hier da kann ich nicht rein und gewiesen hier durchgegangen und da ist speichert der minell und ich würde es auch erst mal benutze ich gucke aber die modifikationen rein wenn ich ja waffen denn vielleicht im pernflügel ein bisschen verstärken wo ich habe nicht wirklich viel zeug deswegen lassen wir das erstmal speichert vielleicht schön ich möchte mir schön wird mir auch gesagt wie viel geld ich habe nein das muss ich dann in den shops mal kurz gucken für die gung ist gerade nicht direkt weitergehen aber ich habe nur 4.800 gilt ich musste wussten mal wieder das passiert manchmal wenn man krank ist für die gung ist part of the gang already mhm mhm ha 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 always good to be among friends the fun times are doubled and your worries feel far away So kommt er wieder in den Afro. Danke, Emil. Jetzt, wenn ich Dodge sehe, kann ich ihn über den Chocobos erzählen. Er ist durch die Militär. Psychon, meinst du? Ja. Er ist ein Kokonmusi. Sie machen Tests. Sie versuchen, seine Fokus zu finden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass sie die Seele machen. Aber okay. Sie sind nicht totalen Monster. Sie werden auf eine Final Request hören. Sie werden müssen. Vor dem Ende, ich möchte mit Dodge sprechen, eine letzte Mal. Ich möchte ihnen über diese Chocobos erzählen. Ich möchte ihnen über alles, was ich gesehen habe. Aber warte! Sass! 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 klar mit dem angreifen hatte heute noch mal zu klumpen da muss ich mal kurz raus gehen weil ich habe auch so sehr noch ein programm wo man sich gar nicht offen haben will okay das war jetzt nicht so der ganze anscheinend weil keine sterne ich muss hier mal kurz wieso ist das hier offen aber ich eben gegoogelt habe weil ich wollte wieder 60 fps haben zurück weil manchmal sind wir unter 60 fps nicht viel aber so viel dass es mich dann doch stört ok ich sehe dafür so viele einheiten mach ich mal eine feiler und ich mache einen auf ob man sagt adac war okay hier wasser schaden sowieso sie die land jener hier geht man auf Vanille dann ist Aena auf Vanille und... Quatsch brauche ich nicht, weil die greifen alle hier nicht so wirklich mit Dingen an ok dann erstmal auf die Gardisten ein bisschen angreifen die habe ich hier alle, ne? auch die ohne er ist ja jetzt mit Wasser schaden das kann dem glaube ich aber auch egal sein den Gardisten das ist glaube ich für die Rune interessanter dann noch mal eine Runde, ich mache es weiter hin den Brecher die verteidigung runter machst du noch was, Vanille? sie hat auch Antikrotest gemacht oder wie der Fark heißt okay wir gehen wir mal auf Partikularattacke weil sie kann auch was bisschen heilen und dann kann man direkt auf Extermination zurückgehen und dann machen wir ein bisschen Schaden wenn man auf tut das war ja easy peasy lemon squeezy erdwasserpistolen bei der Pistole und die haben wasserfähigkeiten so ihr kommende piecher beziehungsweise andere Versionen von euch erstmal eine Analyse auf so ein City Board die Board hat schwäche feuer und wind ok erstmal ruin hast du auch eine ehre magie normal magie und wie sich dafür nicht die Nase putzen während ich spiele beziehungsweise am kämpfen bin da muss ich mich entweder muten oder pause drücken oder sonst was also muten damit man mich nicht hört während ich das am einhalten bin und dann kann ich mich auf kämpfen oder ich muss mal kurz pause machen und dann kann ich später weiter kämpfen und vorher die nase putzen krank sein und auf nämlich heiße sein ist scheiße alleine auch ohne ja ich öffne das mal so komme ich nicht näher dran ein speaker oder spiker oder was auch immer ausrüstung ist die besseres die den app was hast du denn verstärkungsdauer plus das wäre die wirkungsverlängerung versteckende fähigkeiten okay das wäre echt gut aber deswegen und unsere magie die und schon im keller die spiker oder speaker und jeder nicht noch mal kurz pause ich hab was getrunken also wenn man krank ist immer schön viel trinken also wenn man erkältet ist weil das ist gut ich mache jetzt die gardisten weg wieso sagt sie wir sind die sie wieso sagt die sowas weil es schon das zufalle ich mache jetzt mal die gardisten weg hier warte mal hier ist also wie ist es echt ein bisschen kacke weil also wenn man ein gegner hat mit wenig kapitel besetzt dann einfach mal ruin ein und dann trifft der zweite also du würdest du mit dem ersten ruinen der zweite fliegt einfach ein oder gegner war vorher gestorben ist der dritte fliegt erst zum nächsten gegner das ist ein bisschen kacke bei normalen angriffen da wechselt der mann direkt also wechselt die figur direkt den zu angreifenden gegner wenn der besiegt wird